hi und herzlich willkommen zu einer neuen folge von mod am mittwoch rauch rauch und schwefel ihr süßmäuse ich hoffe es geht euch allen gut ich hoffe ihr hattet soweit einen schönen tag und ich drücke euch aus der ferne hier ist soweit alles in ordnung der tag war gut ich kann mich nicht beschweren und freue mich sehr darauf jetzt mit euch hier zusammen zu sitzen und euch von dem heutigen fall zu erzählen das ganze ist im jahr 2006 passiert und trotzdem egal wie oft ich von dem fall gehört habe komme ich nicht darüber hinweg was da passiert ist nicht nur weil die tat unfassbar grausam war sondern weil es von den tätern video material gibt und die täter minderjährig sind stellt euch vor ihr seid alleine zu hause ihr passt auf das haus von eurem onkel und eurer tante auf und kennt das haus zwar und trotzdem ist es nicht euer haus es ist dunkel um euch herum es ist schon spät am abend und auf einmal flackert das licht an aus an aus ihr wisst nicht woran es liegt und traut euch nicht in den keller zu gehen um nachzuschauen aber eine sache ist euch klar ihr seid nicht alleine cassie joe studdert ist am 21 12 1988 geboren und lebt in pocatello von ihrem umfeld wird cassie als liebevoller und künstlerisch begabter mensch beschrieben sie hat eine musikalische ader und ist beliebt im gegensatz zu vielen anderen teenagern ist sie sehr verantwortungsbewusst sie hat kaum blödsinn im kopf und möchte den leuten um sich herum ein gutes gefühl geben und für sie da sein so passt sie zum beispiel auch häufig auf die jüngeren cousins und cousinen auf und gilt eben als sehr zuverlässig cassis bruder sagt dass seine schwester für ihn eines der größten vorbilder ist und dass das ein bruder über seine schwester sagt das hat doch schon was zu bedeuten oder es ist der 22 september 2006 ein normaler tag an einer normalen highschool es ist noch früh am morgen und cassie ist gerade dabei ja noch ein bisschen verschlafen ihre hefte und bücher in ihren spind zu packen da kommt plötzlich einer ihrer mitschüler brian auf sie zugelaufen und filmt cassie mit einem camcorder brian filmt cassie jetzt ganz offensichtlich aber das scheint ihr nicht irgendwie unangenehm zu sein die beiden kennen sich und cassie lacht in die kamera außerdem ist brian dafür bekannt mit seinem schulfreund tory häufiger mal sachen aufzunehmen die beiden rennen da immer mit der kamera rum und halten das geschehen in der schule fest überall erzählen sie rum dass sie große filmfans sind und irgendwann selber mal filme produzieren wollen das ist so deren großer traum in der videoaufnahme die brian jetzt von cassie macht fragt er nach dem gemeinsamen freund tory hast du ihn gesehen cassie wirkt aber so ein bisschen verträumt sie geht nicht auf die frage ein und wirkt so als würde sie ihm gar nicht richtig zuhören das ist bei teenager jungs manchmal auch das beste einfach auf durchzug bei teenagern im generellen die reden auch schon mal viel quatsch genau wie ich immer noch sie freut sich aufs wochenende denn sie hat eine große aufgabe zugeteilt bekommen ihr onkel und ihre tante wollen verreisen und cassie soll aufs haus aufpassen und ihr könnt euch denken in dem alter ein ganzes haus für sich alleine und das übers wochenende das ist eine ziemlich coole sache und cassie freut sich auf die sturmfreie bude im haus gibt es auch ein paar hunde und die soll cassie dann auch verpflegen und das tut sie gerne da sie den abend nicht ganz alleine verbringen will lädt sie auch ihren freund mit dazu ein die beiden sind seit fünf monaten zusammen und freuen sich auf einen filme abend und genauso kommt es gegen 18 uhr trifft mit im haus von cassies onkel und tante ein und cassie empfängt ihn erfreut kurze zeit später klingelt es dann aber noch mal es sind brian und tory ja die waren halt sehr gut mit matt befreundet und irgendwie immer mit dabei und obwohl cassie eigentlich lieber zeit mit ihrem freund alleine verbracht hätte lässt sie die jungs auch ein und so beschließen sie dann zusammen einen film zu schauen vorher zeigt cassie aber all ihren gästen ganz stolz das haus sie führt die jungs umher zeigt ihnen jedes zimmer und den keller anschließend geht es dann auf die couch und kill bill volume 2 wird angemacht plötzlich während des films springen brian und tory auf sie sagen das ganze wäre ihnen ein bisschen zu zu langweilig und sie würden lieber noch mal ins kino fahren da tory und brian ja absolute filmliebhaber sind und andauernd im kino rumhängen ist das nichts ungewöhnliches und cassie freut sich darauf endlich wieder mit matt allein zu sein so verabschieden sich die jungs gehen ihres weges und matt und cassie gucken weiter bis dann plötzlich das licht flackert im ganzen haus es geht an und wieder aus und wieder an und wieder aus und plötzlich fangen auch die hunde damit an nervös zu werden sie wirken angespannt und alarmiert dann machen sich die hunde auf laufen zur kellertür und schauen herunter doch weder cassie noch matt trauen sich diesen anzeichen irgendwie zu folgen und vielleicht mal im keller nachzusehen was da passiert das ist denen zu gruselig ihr müsst euch vorstellen beide kennen das haus nicht so wirklich sind das erste mal alleine und es heißt dass die gegend auch ziemlich ruhig war es gab nicht viele straßenlampen nicht viele direkte nachbarn und es war wirklich dunkel und ich bin ehrlich mit euch wenn mir in der nacht irgendwas technisches passieren würde auf gar keinen fall verlasse ich mein bett auf gar keinen fall das muss bis zum nächsten morgen warten vor allem cassie bekommt es jetzt immer mehr mit der angst zu tun sie ist sich sicher dass sie unter diesen umständen die nacht nicht alleine im haus verbringen möchte und fragt matt jetzt ob er nicht dort übernachten kann matt findet den plan gut und ruft seine mama an die ihm das aber verbietet sie sagt nee jetzt allein kann in dem haus übernachten das will ich nicht aber kassie kann mit zu uns kommen kassie kann bei uns übernachten aber das wiederum kann kassie nicht zulassen da sie sich dem haus und ihrem onkel und ihrer tante und den hunden verpflichtet fühlt und das alles nicht alleine lassen möchte und so verabschiedet sich matt dann gegen 22 uhr 30 und kassie wünscht ihm noch einen schönen abend trotz ihrer angst ungefähr zu dieser zeit ruft matt dann bei seinem kumpel tory an er möchte wissen wie es den jungs geht wie der kinofilm ist und tory geht auch ran aber er flüstert am telefon das macht für matt totalen sinn er denkt sich ach ja die jungs sind ja im kino der kann nicht laut sprechen so quatschen sie kurz geben sich ein paar infos und legen dann wieder auf was matt jedoch nicht ahnt ist dass tory und brian gar nicht im kino sind tory hat nicht geflüstert weil er im kinosaal sitzt tory hat geflüstert weil er im keller ist im keller von cassies familie tory und brian haben das grundstück nämlich nie verlassen die beiden jungs die mit ihrer videokamera auf den fluren umherlaufen und für spaß sorgen sind nämlich gar nicht so harmlos wie man denken könnte zunächst wirken sie wie die durchschnittsteenager sie sehen nicht besonders aus also sie fallen einem nicht ins auge sie tragen keine auffällige kleidung stechen aus der masse nur durch ihren camcorder heraus und mit diesem camcorder halten sie ja den alltag in der schule fest das ist so deren markenzeichen die beiden jungs mit der videokamera doch es sind nicht nur jungs mit einer videokamera es sind jungs mit einer blutigen fantasie mit mordgedanken tory und brian lieben horrorfilme und das tue ich auch ich liebe horrorfilme über alles wir können in den kommentaren gerne mal ein paar gute titel miteinander austauschen die jungs lieben vor allem scream und halloween der unterschied zwischen ihnen und uns ist aber dass sie selber mal einen horrorfilm drehen wollen das ganze soll aber nicht bei einer fiktion bleiben sie wollen den brutalen inhalt von horrorfilm in die realität umsetzen und so setzen die beiden teenager sich hin um eine todesliste zu schreiben auf dieser liste landen nach und nach die namen ihrer mitschüler damit wollen sie eigenen aussagen zufolge als serienmörder in die geschichte eingehen auf eine ihrer aufnahmen vergleichen die beiden sich sogar mit serienmörder wie ted bundy dem hillside strangler dem zodiac killer und edgene sie sagen aber dass diese serienkiller im vergleich zu ihnen amateur gewesen sein und dass sie das ganze toppen wollen es wird durch diese aufnahmen klar dass sie sich bereits jetzt schon für ihre cleverness und ihre blutrünstige art feiern zitat tory an alle fbi agenten die das hier schauen ihr wart nicht schnell genug daraufhin antwortet brian ihr wart nicht schnell genug und ihr wart nicht schlau genug sie sind also der meinung als größte serienkiller aller zeiten in die geschichte einzugehen und wollen diese videos als memorium als im mori als als memorien als als memorium hinterlassen als erinnerung halt und das ist so unfassbar schrecklich beim schauen dieser videos wird klar dass sie das ganze von langer hand geplant haben sich da gegenseitig rein gesteigert haben es ist zu einer art spiel für die beiden geworden zu einem projekt wie so einem schulprojekt was man in den ferien macht und in diesem projekt sind die beiden die helden die antihelden aber die gefeierten die coolen die die klüger waren als alle anderen später heißt es dass cassie gar nicht das erste opfer sein sollte sondern dass sie bereits mit ihrem auto um mitschüler herum gefahren sind in der hoffnung die mal alleine zu erwischen das ist aber glücklicherweise nie gelungen und jetzt sitzt cassie alleine in ihrem haus das licht flackert es ist dunkel die familie und met alle sind weg und im keller stehen brian und mit dabei ist wieder einmal die videokamera und darauf sind bereits aufnahmen der beiden wie sie im auto sitzen und sich auf die tat vorbereiten brian sagt in diesem video wir haben unsere opfer gefunden und so traurig es auch sein mag sie ist unsere freundin aber wisst ihr was wir müssen alle opfer bringen unsere ersten opfer sind cassie stoddard und ihre freunde sie ist alleine in einem riesigen dunklen haus mitten im nirgendwo wie perfekt kann es sein ich meine heilige scheiße brian und tory tragen masken und handschuhe sie sind bewaffnet mit zwei messern und bereit ihre grausamen gedanken in die realität umzusetzen und das ganze erklärt auch das flackernde licht sie haben nämlich den stromkasten gefunden und spielen an den schaltern herum um cassie richtig angst zu machen außerdem hatten sie die hoffnung dass cassie in den keller kommen würde um selber den stromkasten zu checken dort wollten sie sie dann überfallen ein weiterer grund nachts nicht die technik zu checken das schreckliche bei der sache ist dass matt den jungs auch noch grünes licht gegeben hat durch seinen anruf er dachte ja die jungs wären im kino hat er denen klar gemacht dass cassie nun alleine ist und so machen die beiden sich bereit sie machen sich auf dem weg die kellertreppe hoch und währenddessen sorgen sie für jede menge krach um cassie noch mehr angst zu machen so schlagen sie zum beispiel die schranktüren auf und zu dann finden sie cassie sie liegt auf der couch höchstwahrscheinlich ist sie eingeschlafen und wie im wahn stechen tory und brian nun auf cassie ein es werden ungefähr 30 stichwunden auf ihrem gesamten körper gezählt danach lassen sie die leblose cassie zurück und fliehen und tory und brian wären nicht tory und brian wenn sie das ganze nicht wieder mal auf video festgehalten hätten dieses video ist so verstörend keine spur von reue oder dem verständnis was sie da gerade getan haben ganz im gegenteil sie scheinen adrenalin geladen und euphorisch zu sein so als hätten sie gerade einen preis gewonnen oder etwas tolles getan brian sagt ich habe cassie gerade getötet wir haben eben das haus verlassen das ist kein witz tory antwortet ich zittere ich habe sie in den hals gestochen ich habe gesehen wie ihr lebloser körper von uns ging alter ich habe gerade cassie getötet es hat sich angefühlt als wäre es nicht real es ist sonntag der 24 september cassies familie kommt vom wochenendtrip zurück und was sie dort vorfinden werden sie ein leben lang nicht vergessen die hunde sind aufgewühlt und cassie liegt auf der couch tot sie alarmieren sofort die polizei laut brian und tory müssten die beamten jetzt ja nun gar keine spur finden die beiden halten sich ja für die absoluten kriminalgenies und von daher dürften sie ja nichts zu befürchten haben doch schon bald bemerkt die polizei dass es keine spuren eines einbruchs gibt und das ist ja häufig schon das erste zeichen dafür dass es jemand war der einfach so ins haus gelassen wurde ein freund ein bekannter eine vertraute person außerdem fehlen keine wertgegenstände es muss also ein persönlicher grund gewesen sein ein fremder täter kommt kaum noch in frage der fokus liegt zunächst auf matt und das ist häufig so weil der partner dem opfer natürlich mit am nächsten steht und gerade beziehungstaten leider unfassbar häufig sind aber matt hat ein alibi nämlich seine mutter er macht auch einen lügendetektor test und auch da ist alles fein also wir wissen ja auf lügendetektoren kann man sich nicht alleine verlassen die können auch mal fehl anschlagen oder ungenaue ergebnisse liefern aber alibi kombiniert mit dem test matt ist erstmal raus jedoch gab es an dem abend ja noch zwei weitere gäste tory und brian kurz nachdem die ermittlungen beginnen stehen die beiden also schon im fokus sie halten aber an ihrer kinostory fest außerdem sagt tory dass die beiden nach dem film zu ihm nach hause gefahren seien und dort übernachtet hätten die polizei fängt jetzt an fragen zum kinofilm zu stellen erzählt doch mal was findet ihr so am spannendsten was war so der plot twist womit habt ihr nicht gerechnet im film und story und brian können diese fragen nicht beantworten und so bekommen die beiden jungs eine einladung fürs polizeipräsidium schnell versteht brian dass die polizei die ganze kinogeschichte nicht glaubt und so zückt er plan b er erzählt die beiden hätten in autos einbrechen wollen ja herr officer es ist wahr es tut uns leid wir waren nicht im kino wir sind in autos eingebrochen wir sind umhergefahren und haben vandaliert jedoch widerspricht sich brian selbst und kleine details sind immer wieder falsch oder anders als in vorherigen befragungen die polizei bleibt also stutzig außerdem gibt brian ein paar andere interessante informationen preis so erzählt er zum beispiel dass er in kassie verliebt gewesen sei er sagt er habe gefühle für kassie gehabt jedoch hat matt sie gefragt ob sie mit ihm ausgehen wolle bevor brian den mut dafür aufbringen konnte und nicht nur das auch tory gesteht dass er gefühle für kassie hatte und das scheint brian zu überraschen die jungs haben anscheinend nicht untereinander darüber geredet aber beide hatten ein ding für kassie der polizei ist klar dass sie die jungs ein bisschen auseinanderreißen müssen wenn die weiterhin zusammenhalten ist es schwer richtig gute aussagen heraus zu bekommen und so fangen sie an ein bisschen zu sticheln so behaupten sie zum beispiel dass mitschüler gesagt hätten dass brian eher gechillt und cool ist während tory eher der seltsame rücksichtslose von den beiden sei einfach um die beiden mal so ein bisschen gegeneinander auszuspielen ihr müsst euch vorstellen die jungs sind minderjährig also die eltern sind anwesend überlegt euch mal ihr seid eltern und sitzt da mit euren kindern im polizeipräsidium die verhört werden wegen des mordes an kassie und irgendwann kann brian diesen ganzen druck nicht mehr standhalten und er redet in anwesenheit seiner eltern gesteht er dass er und tory die kellertür des hauses aufgeschlossen haben um matt und kassie erschrecken zu können es sei aber nur tory gewesen der auf kassie eingestochen hat brian selbst sei super überrascht gewesen und absolut schockiert er verneint kassie auch nur ein einziges mal berührt oder verletzt zu haben außerdem so sagt er soll tory ihm mit dem tode gedroht haben sollte er irgendwas an irgendwen verplappern so stellt sich brian also wie der mitläufer und der coolere von den beiden da genauso wie die polizei es ihm ja in den mund gelegt hat die worte und tory soll eben der antreiber der rücksichtslose und brutale gewesen sein nach dem verhör zeigt brian den ermittlern dann auch die stelle an der er und tory in der tatnacht beweise versteckt haben das ganze ist am sogenannten black rock canyon und da findet die polizei nun die masken handschuhe und kleidung die brian und tory während der ermordung an kassie getragen haben außerdem liegt dort ein halb verbranntes notizbuch in diesem buch steht unter anderem die todesliste die brian und tory angefertigt hatten bei den tatwaffen handelt es sich um ein jagd und ein kampfmesser und dann findet die polizei das letzte beweisstück was sie gebraucht haben die videokamera die jungs hatten versucht die kassette der kamera zu vernichten das hat aber nicht geklappt und nun hatte die polizei alle antworten in den händen tory wird übrigens auch noch befragt und er erzählt auch erst mal die geschichte von den autodiebstählen und versucht da auch noch mit lügen irgendwie aus der nummer raus zu kommen irgendwann sagt er aber nur noch ich möchte mit meinem anwalt sprechen in den aufnahmen die zu diesem verhör gemacht wurden sieht man wie toris eltern vor allem die mama auf ihn einredet und sagt dass sie ihn liebt egal was er zu sagen hat und egal was passiert ist und dass sie hinter ihm steht und man merkt so sehr dass diese frau einfach hofft dass irgendwas anderes passiert ist dass es irgendeinen anderen grund für diese schrecklichen taten gibt wer möchte schon einen mörder im eigenen sohn sehen als brian ein weiteres mal verhört wird machen die polizisten sehr schnell sehr klar dass sie ihm die rolle des mitläufers und des passiven nicht abkaufen sie erzählen dass sie nun das ganze video material gesichtet haben und wissen dass beide feuer und flamme für diese grausame tat gewesen sind ein pathologe stellt zur selben zeit fest dass mit zwei unterschiedlichen messern auf kassie eingestochen wurde das spricht natürlich dafür dass zwei täter dort am werk waren brian liefert nun ein teilgeständnis er sagt okay es ist wahr ich habe viermal auf kassie eingestochen das habe ich aber nur getan weil tory mich dazu animiert hat ich wollte gar nicht während der prozesse gegen die beiden kommt übrigens heraus dass sie ein ganz besonderes vorbild hatten ein besonders grausames dylan klebold und eric harris die verantwortlichen für das schreckliche kolumbien highschool shooting das waren wohl die idole die brian und tory inspiriert haben brian drapper wird am 17 april 2007 für den mord an kassie joe studdert zu einer lebenslangen haftstrafe ohne aussicht auf bewährung verurteilt dasselbe urteil bekommt auch tory edemic und das obwohl sie zum zeitpunkt der verurteilung minderjährig waren sie wurden wegen der schwere der tat wie erwachsene vor gericht behandelt und was ist eure meinung dazu sagt ihr die tat war so unfassbar grausam die war geplant und schrecklich und die jungs haben verdient ein leben hinter gittern zu verbringen oder sagt ihr es gibt schon gründe warum man minderjährige wie minderjährige und erwachsene wie erwachsene behandelt und man hätte hier sanfter vorgehen sollen schreibt gerne mal in die kommentare das einzige motiv was man für diese schreckliche tat festmachen kann ist der drang nach geltung nach aufmerksamkeit brian und tory wollten als serienkiller in die geschichte eingehen sie wollten andere täter inspirieren und mit ihrer grausamen tat berühmt werden auf gefundenem videomaterial reden sie davon weitere menschen in ihrem bekanntenkreis töten zu wollen sie standen also gerade erst am anfang ihres plans und nach dem ersten mord waren sie so euphorisch es wirkte also nicht so als hätten die beiden vorgehabt mit dem morden aufzuhören so euphorisch und freudvoll wie sie nach dem mord an cassie geklungen haben cassies familie die natürlich unfassbar unter diesem verlust leidet ist der meinung dass die schule früher etwas hätte bemerken sollen denn sie denken dass mörder nicht einfach von einem tag auf den anderen entschließen zu töten sondern dass es zeichen gegeben haben muss sie versuchen die schule auch zu verklagen das wird jedoch abgelehnt und ich finde die frage auch sehr schwierig zu beantworten denn in einer klasse von 30 schülern ist es praktisch unmöglich jedes einzelne schicksal jedes einzelne leben zu verfolgen und zu beurteilen und nach außen hin wirkten tory und brian ja wie ganz normale mitschüler lustige jungs mit videokamera und großen plänen die erzählt haben eines tages mal regisseure und videoproduzenten werden zu wollen niemand wirklich niemand hat etwas vermutet sonst hätten cassie und matt die jungs ja gar nicht erst reingelassen aber das waren freunde und nicht nur das sowohl brian als auch tory scheinen ja gefühle für cassie gehabt zu haben was natürlich auch ein mögliches motiv gewesen sein könnte waren sie eifersüchtig haben sie sich gedacht dass wenn sie sie nicht haben können dass niemand sie haben darf wirkliche antworten wird es wohl nie geben und selbst wenn es die antworten geben würde würden sie cassie nicht zurückbringen der fall ist unfassbar schrecklich ich bin sehr gespannt was ihr zu all dem denkt schreibt gerne mal in die kommentare und ich drücke euch fest passt auf euch auf und wir sehen uns beim nächsten mal wir sehen uns beim nächsten mal